Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zum zehnten Teil meiner Tutorial Serie Wie geht eigentlich ESP Home? Nachdem wir uns jetzt schon verschiedenste Arten von Sensoren angesehen haben, denke ich es ist langsam an der Zeit auch mal endlich was zu schalten und das machen wir im heutigen Video und zwar schauen wir uns heute einmal an wie Switches in ESP Home funktionieren und wie man daran auch direkt Automatisierungen knüpfen kann. Nicht in Home Assistant sondern direkt in ESP Home. Bevor wir damit starten aber noch eine kleine Bitte und zwar wenn euch meine Videos und vor allem diese Serie hier gefallen zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen hoch denn das hilft mir ungemein dass der YouTube Algorithmus checkt dass es sich lohnt meine Videos zu verbreiten und natürlich sehe ich auch dass euch meine Videos gefallen. An der Stelle noch mal vielen vielen Dank für jede Art von eurem Support, sei es ein Like, sei es ein Abo, sei es ein Kommentar oder natürlich auch die Mitgliedschaft. Vielen vielen Dank dafür und wir legen jetzt direkt los mit dem Video. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du 10 zweilagige Platinen für nur 5 Dollar als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall 3D Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht es jetzt weiter mit dem Video. Im Büro angekommen legen wir auch direkt los und wechseln einmal ins ESP Home. Hier legen wir uns nochmal ein neues Projekt an. Wir nennen das Ganze mal Binary Automation. Wie immer wählen Zugangsdaten nur temporär. Wählen ein spezifisches Board. Wie immer in dieser Reihe ein D1 Mini und sagen Next. Die Konfiguration wurde erstellt. Wir sagen direkt bearbeiten, tauschen unsere WLAN Zugangsdaten mit unseren Secrets aus, entfernen die unnötigen Kommentare und können loslegen. Speicher das Ganze mal eben und jetzt schauen wir uns zuerst mal am Schaltplan an, was ich hier auf dem Steckbrett zusammengebaut habe. Wie ihr hier seht, habe ich am D1 einen Taster angeschlossen. Dieser ist mit einem Widerstand auf Ground gelegt, also haben wir hier einen Pull-Down-Widerstand und wenn wir den Taster drücken, dann liegt eben am D1 ein High-Signal an. Ansonsten ein Low. Am D2 habe ich ein ganz normales Relais angeschlossen und mit diesen beiden Komponenten, da möchten wir heute mal ein paar Beispielautomatisierungen aufbauen. Fangen wir aber zuerst einmal damit an, die beiden Komponenten in unser ESP Home Projekt einzubinden. Den Taster binden wir als Binary Sensor an, denn wir können hier ja nichts schalten, sondern wir möchten nur den Zustand dieses Tasters abfragen können, also ob er gedrückt ist oder eben nicht. Heißt, wir haben nur zwei Zustände, an oder aus, also ist es ein Binary Sensor. Diese kennen wir ja schon, für alle, die das Video nicht gesehen haben. Ich verlinke das mal oben in der Infobox. Das war Teil 6 dieser Tutorial-Serie. Beginnen wir also hier jetzt mit dem Taster und dafür schreiben wir jetzt hier einmal Binary-Sensor, Doppelpunkt und für unseren Binary Sensor definieren wir jetzt hier als Plattform wieder GPIO. Angeschlossen ist unser Sensor am Pin D1 und wir brauchen noch einen Namen und wir nennen diesen Sensor einfach mal Taster. Das soll uns an der Stelle jetzt erst einmal reichen. Ich speicher das Ganze einmal und jetzt müssen wir noch unser Relais einbinden. Das Relais möchten wir schalten können, also handelt es sich um einen Switch. Der Unterschied, ob Sensor oder Switch oder Light etc., das kennen wir ja schon vom Home Assistant selbst. Schauen wir aber noch einmal kurz in die Anleitung. Dazu gehen wir auf die ESPHome Homepage, wechseln hier mal in das Suchfeld und suchen mal nach Switch. Dann finden wir hier etwas weiter unten den Punkt GPIO Switch. Darum soll es heute gehen, denn wir möchten einfach nur das Signal eines GPIO Pins steuern können, also High oder Low setzen, beziehungsweise an- oder ausschalten. Schauen wir uns mal eben die Parameter dieser Switch-Komponente an. Die Plattform ist wieder GPIO. Darauf folgt die übliche PIN-Angabe. Entweder können wir hier wie immer die GPIO Nummer angeben oder wir können alternativ natürlich auch wieder D1, D2 oder ähnliches hinschreiben. Dann benötigen wir hier noch einen Namen und damit werden alle Pflichtparameter auch schon gesetzt. Optional können wir auch hier natürlich wieder eine ID vergeben. Wie wir im letzten Video gelernt haben, ist diese ID für die interne Referenzierung notwendig. Diese benötigen wir auch heute wieder. Und als weiteren optionalen Parameter gibt es noch einen Restore Mode. Mit dem Restore Mode können wir unserem Switch angeben, wie er sich verhalten soll, wenn er den Strom verliert und wieder bekommt. Wir haben zuerst hier Restore Default Off. Das ist auch der Standard. Das heißt, er versucht zuerst zu ermitteln, in welchem Zustand befand sich der Switch, als er den Strom verloren hat und versucht diesen Zustand wieder herzustellen. Kann er den alten Zustand nicht ermitteln, ist der Standard ausgeschaltet. Dann gibt es Restore Default On. Hier versucht er auch wieder den Zustand wieder herzustellen. Kann er das aus irgendeinem Grund nicht, ist der Standard, den Switch einzuschalten. Diese beiden Verhalten gibt es auch nochmal als Restore Inverted Off und Restore Inverted On. Und diese beiden verhalten sich ähnlich, aber sie drehen den zuletzt ermittelten Zustand um. Das heißt, wenn er hier ermittelt, der Switch war beim Verlust des Stromes abgeschaltet, dann wird er in dem Moment, wo der Strom wiederkommt, eingeschaltet. Kann er nicht ermitteln, wie der letzte Zustand war, schaltet er den Switch erstmal aus. Bei Restore Inverted On versucht er ebenfalls zu ermitteln, wie war der letzte Zustand, wählt dann genau das Gegenteil, kann er nichts ermitteln, ist der Standard, den Switch einzuschalten. Und dann gibt es noch Always Off und Always On. Hier wird gar nicht geguckt, wie der letzte Zustand war, sondern entsprechend der Switch immer aus oder eingeschaltet initialisiert. Dann gibt es beim Switch noch die Möglichkeit eines Interlock. Das ist gerade bei Jalousien wichtig. Und zwar haben wir mit Interlock die Möglichkeit, zwei Schalter gegeneinander zu sperren. Also dafür zu sorgen, dass beide niemals gleichzeitig eingeschaltet sein können. Warum ist das bei Jalousien wichtig? Weil der Motor niemals in beide Richtungen gleichzeitig laufen kann. Und wenn man eben auf Aufwärts- und Abwärtsfahren gleichzeitig Strom geben würde, würde man damit den Motor riskieren zu zerstören. Dafür zum Beispiel gibt es die Methode Interlock. Möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, für alle, die das interessiert, wie das aussieht. Oben in der Infobox verlinke ich mal das Video zu Jalousien mit ESPHome steuern. Könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, gerne einmal ansehen. Wir machen jetzt hier einfach mal weiter, kopieren uns hier dieses Codebeispiel für einen Switch, wechseln wieder nach ESPHome und fügen dieses Beispiel am Ende unseres Programmes einmal ein. Dieser Switch ist also jetzt unser Relais. Also nennen wir diesen Switch jetzt auch mal Relais und das Relais ist angeschlossen am Pin D2. So, damit sind unsere beiden Komponenten jetzt fertig im ESPHome eingerichtet. Ich würde sagen, wir installieren das Ganze mal eben. Ich sage einmal Plug into this Computer, wähle den COM-Port aus, sage Verbinden und er installiert unser Programm auf unseren D1 Mini. So, unser Programm wurde installiert. Binden wir nun unser neues Projekt mal in Home Assistant ein. Wir haben wieder keine Benachrichtigung, also machen wir es manuell. Wir klicken auf Logs, Verbinden und sehen jetzt hier oben IP-Adress 192.168.5.160. Die IP-Adresse von unserem Gerät kopieren wir uns, gehen auf Einstellungen, Integrationen, sagen hier unten Integration hinzufügen, suchen nach ESPHome, fügen hier bei Host die IP-Adresse ein und sagen Absenden. Er bestätigt uns das Hinzufügen, zeigt hier oben auch nochmal, um welches Gerät es sich handelt. Binary Automation ist korrekt, also sagen wir hier Fertig. Jetzt können wir noch einmal prüfen. Wir haben ein Gerät mit zwei Entitäten und wenn wir uns diese einmal anschauen, sehen wir hier unser Relais und unseren Taster, also ein Switch und einen Binary Sensor. Und diese beiden fügen wir jetzt als erstes mal auf unser Dashboard hinzu. Dazu gehen wir mal auf Übersicht in den Reiter Test, sagen hier Benutzeroberfläche konfigurieren und fügen eine neue Karte hinzu. Hier wähle ich einfach mal die Elementekarte. Die vorgeschlagenen Entitäten schmeiße ich hier einmal raus und wir suchen jetzt hier einmal nach Taster, da ist er auch schon, und einmal nach Relais. Auch das finden wir sofort. Als Titel sagen wir jetzt einmal ESPHome Automatisierungen und sagen Speichern. So und jetzt haben wir hier einmal die Möglichkeit unser Relais ein- und auszuschalten und der Taster wird uns hier als Zustand einfach nur angezeigt. Da wir den Taster gerade nicht drücken, ist der Zustand aus. Wenn ich jetzt mal hier auf den Taster drücke, sehen wir, der Zustand wechselt auf an, lasse ich den Taster wieder los, wechselt der Zustand auf aus. Und in einem ersten Schritt würde ich jetzt gerne umsetzen, dass wenn ich den Taster drücke, das Relais eben einschaltet. Und wenn ich den Taster loslasse, das Relais wieder abschaltet. Und wie das geht, schauen wir uns jetzt einmal an. Dafür gehen wir aber als erstes nochmal auf die ESPHome Seite und suchen jetzt hier mal nach Binary Sensor. Hier unten finden wir dann unseren GPIO Binary Sensor. Den wähle ich einmal aus. Das entspricht ja in etwa der Konfiguration von unserem Taster. Und wie wir ja schon gelernt haben, enthält der GPIO Binary Sensor auch alle Eigenschaften von der Oberkategorie Binary Sensor. Schauen wir uns diese also einmal an. Und hier haben wir im vorangegangenen Video ja auch schon mal gesehen, dass es hier die Möglichkeit von Automatisierungen gibt. Im damaligen Video hatte ich ja schon gesagt, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Und hier löse ich jetzt mein Versprechen ein. Und zwar haben wir die folgenden Automatisierungsmöglichkeiten. Beim Binary Sensor gibt es On Press, On Release, On State, On Click, On Double Click und On Multi Click. Bei diesen sechs Automatisierungsmöglichkeiten kann man auch von Events sprechen. Also alles, was mit On Unterstrich beginnt, bietet uns eben die Möglichkeit, auf irgendwas zu reagieren. Und auf was, das steht in der Regel dann hinter diesem On Unterstrich. Also mit On Press können wir darauf reagieren, dass jemand den Taster drückt. Oder es handelt sich um einen Binary Sensor, also allgemeiner formuliert, in dem Moment, wo der Binary Sensor von Off nach On wechselt. Diesen Punkt würden wir mit On Press abfangen. On Release, also wenn wir den Taster loslassen, das entspricht dann dem Zustandswechsel von unserem Binary Sensor von On nach Off. Die Automatisierungsmöglichkeit On State reagiert auf beide Zustandswechsel. Also da ist dann egal, ob ich von On nach Off oder von Off nach On wechsel. On State löst in beiden Fällen aus. Wenn man das Ganze jetzt auch noch Timing abhängig haben möchte, sprich wie lange drücke ich eine Taste, dann gibt es noch die drei Varianten On-Click, On-Double-Click und On-Multi-Click. Und hier sehen wir, diese Automatisierung wird ausgelöst, wenn der Button oder unser Sensor für eine bestimmte Dauer gedrückt wird, beziehungsweise eben auf On schaltet. Das können wir uns hier im On-Click auch einmal etwas genauer anschauen. Und hier sehen wir, haben wir eben eine Möglichkeit, ihm zu sagen, dieses Ereignis soll nur auslösen, wenn der Taster mindestens 50 Millisekunden, aber maximal 350 Millisekunden gedrückt wird. Nur mal als Beispiel. Ähnlich verhält es sich auch bei On-Double-Click. Bei On-Double-Click muss der Taster natürlich zweimal gedrückt werden, aber auch hier können wir für diese beiden Tastendrücke angeben, was ist die minimale Dauer, die der Taster gedrückt werden muss und was ist die maximale Dauer, die der Taster gedrückt werden muss. Und dann können wir jetzt hier einfach mal runterscrollen, denn dann gibt es noch On-Multi-Click. Das ist so die komplexeste Variante dieser Tastendruck-Auswertung. Und hier können wir völlig frei definieren, wie das Timing unserer Tastencodes lauten muss. Das heißt, wir können beliebig viele Tastendrücke mit unterschiedlichen Timings angeben. Und hier haben wir die drei folgenden Möglichkeiten. Einmal On, Off, For, Time, To, Time. Das heißt, hiermit können wir angeben, zum Beispiel On, For, 0,5 Sekunden, To, eine Sekunde. Das würde bedeuten, der Taster muss mindestens eine halbe Sekunde, aber maximal eine Sekunde gedrückt werden. Das gleiche geht natürlich auch für Off, also den Taster mindestens eine halbe Sekunde loslassen und maximal eine Sekunde. Wenn wir nur angeben möchten, dass der Taster mindestens eine bestimmte Dauer gedrückt sein muss, dann können wir das mit For at least machen. In diesem Beispiel hier wird gesagt, der Taster muss mindestens 0,2 Sekunden losgelassen sein, aber das geht natürlich auch immer für On. Und wenn wir nur die Obergrenze festlegen möchten, dann können wir das mit For at most. Und hier sehen wir eben ein Beispiel für zum Beispiel einen Doppelklick, wobei das erste Tastendrücken maximal eine Sekunde sein darf. Dann dürfen wir den Taster maximal eine Sekunde loslassen, müssen ihn dann noch einmal für 0,5 bis zu einer Sekunde gedrückt halten und ihn dann mindestens 0,2 Sekunden wieder loslassen. Und nur wenn wir genau diese vier Regeln einhalten, dann löst dieses Ereignis aus und er würde jetzt in dem Fall einen Logger Eintrag Doubleklick erzeugen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, aber mit der einfachen Variante und zwar mit On Press und On Release. Dazu wechseln wir jetzt nochmal ins ESP Home, in unser Programm Binary Automation und erweitern jetzt hier mal unseren Binary Sensor und zwar um On-Press. Und hier müssen wir ihm jetzt mitteilen, was er denn bei einem Tastendruck machen soll. Also in dem Moment, wo der Binary Sensor von Off nach On wechselt. Und hier stehen uns so ziemlich alle Dienste zur Verfügung, die wir auch aus Home Assistant kennen, welchen wir dafür dann wiederum nutzen müssen. Das hängt wieder davon ab, was für eine Komponente wir denn steuern möchten. Wir möchten jetzt in unserem Fall bei Tastendruck ja dafür sorgen, dass unser Switch eingeschaltet wird. Also müssen wir einen Dienst von der Domain Switch auslösen. Also können wir hier schon einmal Switch hinschreiben und dahinter kommt ein Punkt. Und in dem Moment, wo jetzt eben unser Taster gedrückt wird, also der Binary Sensor auf On geht, möchten wir den Switch einschalten. Also sagen wir Switch Punkt Turn Unterstrich On. Das ist der Dienst, um einen Schalter einzuschalten. Jetzt müssen wir ihm noch sagen, welchen Switch er einschalten soll. Und dafür benötigt unser Switch zuerst einmal eine ID. Die geben wir eben mit ID Doppelpunkt und wir sagen jetzt einfach mal Relais Unterstrich D2, denn es ist das Relais am D2. Und diese ID, die kopieren wir uns und geben diese hinter unserem Dienst Switch Turn On an und zwar mit Doppelpunkt Relais Unterstrich D2. Jetzt sind wir schon fast fertig. Eins habe ich vergessen und zwar hier vor muss noch ein Minus, denn OnPress ist eine Liste von Aktionen. Listeneinträge müssen, wie wir schon gelernt haben, immer mit einem vorangestellten Minus maskiert sein, denn wir hätten jetzt hier auch die Möglichkeit noch weitere Aktionen bei Tastendruck auszulösen. Wir könnten zum Beispiel hier jetzt noch einen weiteren Switch zum Beispiel abschalten mit Switch Turn Off oder was auch immer wir hier gerade vorhaben. Wir belassen es jetzt aber in dem Beispiel erstmal dabei. Wir schalten mit OnPress auf unserem Binary Sensor unser Relais ein. Was jetzt noch fehlt ist, wir müssen das Relais ja auch wieder abschalten und wir haben gesagt, wir möchten das Relais nur so lange anlassen, wie unser Taster auch gedrückt ist. Also sagen wir jetzt hier noch On Release, denn das ist ja eben der Moment, in dem wir den Taster wieder loslassen, also unser Sensor von On nach Off wechselt und hier sagen wir jetzt Switch Punkt Turn Unterstrich Off und wieder Relais Unterstrich D2. Und das bedeutet jetzt in dem Moment, wo unser Binary Sensor Taster von Off nach On wechselt, löst OnPress aus und schaltet unser Relais am D2 ein. In dem Moment, wo der Sensor dann wieder von On nach Off wechselt, löst dann On Release aus und das wiederum schaltet dann mit dem Dienst Switch Turn Off unser Relais am D2 wieder aus. Und das würde ich sagen, testen wir jetzt mal. Ich klicke hier mal auf Install, sage Wirelessly. Installation war erfolgreich. Wir sagen hier Stopp, wechseln wieder in die Übersicht auf den Reiter Test. Hier hat sich jetzt erstmal optisch natürlich nichts getan, aber wenn ich jetzt nochmal den Taster drücke, sehen wir, das Relais schaltet automatisch mit ein, lasse ich den Taster los, geht es wieder aus. Ich schalte ein, es bleibt an, ich lasse den Taster los, es schaltet aus. Gehen wir jetzt nochmal nach ESPHome, öffnen hier nochmal unser Programm Binary Automation und jetzt möchten wir erzielen, dass nicht bei Tastendruck das Relais eingeschaltet wird und wenn ich die Taster loslasse, das Relais ausgeschaltet wird, sondern im Wechsel, wenn ich den Taster einmal drücke, wird das Relais eingeschaltet und beim nächsten Mal wieder ausgeschaltet. Das heißt, wir brauchen On Release nicht mehr, wir möchten nur noch auf On Press reagieren und dann möchten wir es eben nicht mehr einschalten, sondern wir möchten den Zustand ändern, also wählen wir den Dienst Switch Toggle. Wir möchten natürlich weiterhin unser Relais an D2 schalten, also können wir das lassen und wählen hier Install. Installation ist fertig, schauen wir uns das Ganze wieder an. Taster ist aus, Relais ist aus, ich drücke den Taster, lasse den Taster los und das Relais bleibt an. Ich drücke den Taster erneut, das Relais geht aus, ich lasse den Taster los, Relais bleibt aus. Und so können wir jetzt mit jedem Tastendruck den Zustand von unserem Relais ändern. Das Loslassen der Taste hat jetzt keine Auswirkungen mehr. Schauen wir uns jetzt abschließend noch einmal die Variante mit den Klick-Automatisierungen an. Nehmen wir als Beispiel mal On Click. On Click reagiert ja genauso wie On Press darauf, dass der Taster gedrückt wird, also der Zustand von Off nach On wechselt. Insofern tausche ich jetzt mal nur hier den Auslöser aus und sage noch einmal Install. Das Programm ist installiert, wir gehen wieder in die Übersicht und wenn ich jetzt den Taster drücke, geht das Relais ein, drücke ich ihn nochmal, geht das Relais aus. Erstmal sieht es genauso aus wie vorher. Ich habe jetzt den Taster aber ganz bewusst immer nur kurz angetippt. Wenn ich den Taster jetzt gedrückt halte und ihn nach mehreren Sekunden erst wieder loslasse, passiert bei On Click einfach gar nichts. Denn wir überschreiten die maximal definierte Drucklänge und insofern löst unsere Automatisierung nicht mehr aus. Tippe ich den Taster nur kurz an, schaltet das Relais. Halte ich den Taster gedrückt, bleibt das Relais in dem Zustand, in dem es sich befindet. Das heißt, ihr müsst euch ganz genau überlegen, welchen dieser Auslöser ihr hier an der Stelle wirklich benötigt. Bei On Double Click wäre natürlich, wie eben schon erwähnt, das gleiche wie On Click, nur dass ich die Taste eben zweimal drücken muss. So hätte ich jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, ich könnte jetzt hier sagen, On Double Click. Ich kopiere mir das jetzt einfach mal eben hier runter und wir sagen jetzt hier nochmal Turn Unterstrich Off und hier oben Turn Unterstrich On. Und so hätten wir jetzt die Möglichkeit, mit einem kurzen Tastendruck würde das Relais eingeschaltet und mit zwei kurzen Tastendrücken kurz hintereinander würde das Relais wieder ausgeschaltet. Ich denke, das müssen wir uns jetzt nicht auch noch ansehen. Ich glaube, das Prinzip ist klar, wollte ich nur noch mal eben kurz als Beispielmöglichkeit zeigen. Und ich glaube, jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, woher weiß ich denn überhaupt, was für Dienste kann ich denn hier aufrufen? Wie eben schon erwähnt, das hängt davon ab, welche Komponente möchte ich denn hier ansteuern? In unserem Fall war es jetzt unser Relais, welches wir schalten möchten. Das heißt, wir müssen uns immer angucken, um welche Komponente geht es, die wir hier steuern möchten. Heißt, wir suchen uns unsere Komponente, die wir ansteuern wollen, in dem Fall das Relais, und schauen, welche Integration ist das denn. Und dieses Relais ist von der Integration Switch, also immer der Punkt, der keine Leertasten davor hat und der direkt darüber steht. Der interessiert uns. Und den suchen wir dann auf der Homepage von ESPHome. Also, wir suchen nach Switch. In unserem Fall war es ein GPIO-Switch. Den finden wir hier. Und wenn wir jetzt hier noch mal runterscrollen, finden wir dann alle anderen Optionen vom Typ Switch. Da klicken wir drauf. Und hier sehen wir jetzt eine Liste von Aktionen. Und diese drei Aktionen sind auch genau die drei Aktionen, die wir gerade eben verwendet haben. Switch Turn Off, Switch Turn On und Switch Toggle. Das heißt, ihr sucht euch einfach die Integration, die ihr ansteuern möchtet, und schaut in der Dokumentation, welche Aktionen werden uns von der Integration zur Verfügung gestellt, und diese könnt ihr dann entsprechend einbauen. Ich hoffe, ich konnte das Thema so weit verständlich erklären. Ansonsten stellt mir eure Fragen natürlich wie immer gerne unten in den Kommentaren. Ja, soviel zum Thema Switches und Automations in ESPHome. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen und ich habe nichts vergessen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder kommt gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund ums Thema Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi und natürlich auch ESPHome diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei, würde mich freuen, den ein oder anderen dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns direkt morgen im elften Teil der ESPHome Tutorial Serie wiedersehen würden. Da schauen wir uns nämlich einmal an, wie wir Textsensoren in ESPHome erstellen können. Bis dahin verabschiede ich mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!